Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video haben wir etwas ganz Spannendes vor und ich werde es euch gleich erklären, um was es geht. Mit dabei ist meine Community. Ihr könnt gerne mal Hallöchen sagen. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Genau und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Okay, ich würde sagen, wir machen ein Probebeispiel, um zu schauen, ob ihr es alle verstanden habt. Das Probebeispiel gibt noch keinen Punkt und jetzt könnt ihr auch hier die Kratuswiedisch sehen, vielleicht schon schauen, um was es geht. Ich glaube, ihr werdet es eh gleich verstehen. Und ja, und zwar eine Probe entweder oder Frage. Fanta oder Cola? Cola ist hier links, also hier beim linken Baum und Cola ist hier beim rechten Baum. und ihr müsst jetzt entscheiden, was ich nehmen würde. Also nicht, was ihr nehmen würdet, sondern was ich nehmen würde. Also links ist Cola oder Fanta? Links ist Cola und rechts ist Fanta. Einfach hinrennen. Am besten, ansonsten lasse ich euch kurz überlegen und sage dann 3, 2, 1 Marsch und dann rennt ihr alle hin, weil sonst geht die erste und dann rennen alle der eine nach. Ja, ihr habt richtig geraten. Ich mag kein Cola, ich mag Fanta. Okay, so, dann stellt euch mal wieder hier in die Mitte. Dann nämlich würde ich sagen, geht es los mit der ersten Frage. Entweder mehr Star Coins jeden Samstag oder günstigere Pferde? Ich muss dazu sagen, die Fragen sind nicht nur über SSO, aber es sind auch ein paar über SSO. Okay, entweder mehr Star Coins oder jeden Samstag günstigere Pferde. Also, mehr Star Coins ist links und jeden Samstag günstigere Pferde ist rechts. Und ich gebe euch das Kommando, wenn ihr losrennen könnt, in 3, 2, 1 Marsch. Müsst jetzt alle gleichzeitig rennen. Ja, mein, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht? Nee, schaß, okay, es gibt kein Licht. Ja, aber ihr seid alle richtig. Ihr kriegt alle einen Punkt. Natürlich ergibt es viel mehr Sinn, mehr Star Coins zu kriegen, weil es bringen uns günstigere Pferde, wenn wir nur 100 Star Coins bringen. Like, okay. Ich dachte mir, weil du dir ja keine kaufst. Ja, deswegen auch. Ja, so. Okay, okay, okay. Dann haben wir die nächste Frage. Nie wieder SSO oder nie wieder YouTube? Okay, das ist, da muss ich ganz kurz selbst überlegen, weil das ist, das ist, ach, ich hasse diese Frage. Die wird so oft gestellt, aber ich kann das einfach nicht antworten. Ja gut, ich muss sich jetzt für eines entscheiden. 3, 2, 1 Marsch oder los. Oh Mann, ihr seid so gut, ihr kriegt alle wieder einen Punkt. Ja, es ist tatsächlich, ja. Du könntest halt auch auf Twitch machen, aber du könntest auch SSO halt auf Twitch machen, so. Ja, also es ist, ich würde tatsächlich YouTube sagen, da mir YouTube, also ich kann, ich muss ja jetzt nicht auf YouTube unbedingt SSO machen, ich kann ja auch Lifestyle, ich kann Blog, ich kann andere Spiele, deswegen, ja. Ja, ihr habt das alle richtig. Ja, ihr könnt gerne wieder alle zurückkommen, ihr habt das alle richtig. Ihr kennt mich viel zu gut. Kacke. Nie wieder reden oder nie wieder hören? Ach du Scheiße, okay. Da muss ich auch nachdenken. Ich habe die Fragen nämlich nur gescreenshottet, ich habe die Fragen nämlich gar nicht noch gelesen. Also, nie wieder reden ist links und nie wieder hören ist rechts. 3, 2, 1 Marsch. Da teilen sich die Meinungen. Mach es mir egal, wenn ich falsch bin. Mach es mir egal. Tatsächlich ist Elinor richtig. Ich würde tatsächlich nehmen, nie wieder hören, denn, äh, nie wieder sprechen, so, ja, nie wieder reden. Elinor hat es richtig. Äh, denn warum? Weil man auch gebärden kann und ich finde Gebärdensprache eigentlich eine ziemlich schöne Sprache. und ich kann einen Teil davon. Also, ich, ja, ich würde sagen, nie wieder sprechen und dafür halt gebärden. Äh, Gnu oder Anni? Also, Gnu ist gemeint, saftiges Gnu, die YouTuberin. Und Anni ist gemeint, Anni der Duck. Das, ich glaube, die kennt ihr, das ist auch eine YouTuberin, beziehungsweise Twitch-Streamerin. Äh, auch bekannt unter, sie ist die Schwester von Kelly, Mrs. Vlogs. Äh, okay, also, ähm, Gnu ist links. Links und rechts ist Anni. Drei, zwei, eins, Marsch. Alle direkt, ja, das ist, das ist, das ist, das ist viel zu einfach. Ihr habt alle den Punkt. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich Gnu aktiv verfolge, jetzt auch Moderatorin bei ihr bin und den ganzen Merch von ihr habe. Also, keine Frage. Ich schaue Anni auch, aber nicht oft. Entweder mit YouTube oder mit Insta aufhören. Ha, 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 ich muss auch kurz überlegen. Mir liegen beide Social Medias eigentlich sehr am Herzen, deswegen ist es eigentlich eine schwierige Entscheidung. YouTube aufhören ist links und mit Instagram aufhören ist rechts. Drei, zwei, eins, Marsch. Hier, da teilen sich auch die Meinungen so ein bisschen. Tatsächlich hat die Mehrheit gewonnen, ich würde mit Instagram aufhören. Aus dem Grund, dass YouTube mir einfach zu viel Spaß macht. Ich bin auf Instagram nicht so wirklich aktiv. Ich bin auf YouTube viel aktiver, obwohl mir YouTube mehr Ärger gemacht hat. Entweder den Club auflösen oder alle Mitglieder rausschmeißen und alleine im Club drinnen bleiben. Ja, ähm, Club auflösen ist links und alle Mitglieder rausschmeißen ist rechts. Habt... Mein Aufnahmeprogramm ist gerade abgestürzt, deswegen ist die Aufnahme weg. Oh mein Gott. Wobei, also ich kann euch nochmal vorlesen die Fragen und ja, also die Fragen waren fünf schöne Pferde oder fünf hässliche Pferde verkaufen. Ähm, das hatten alle richtig. Dann jede Woche 200 Star Coins oder einmal im Jahr 20.000. Das hatten alle falsch. Und entweder alleine SSO spielen oder mit Freunden. Das hatten alle richtig. Ähm... Okay. Club ist links und Clublos ist rechts. Drei, zwei, eins, Marsch. Okay, das, das, das kam unerwartet, denn ich, ähm, im Allgemeinen ist mir schon so Schlimmes in Clubs passiert, dass ich tatsächlich nicht mehr in einen Club gehen würde. Weil, ja, ich hab mich bei den Fire Protectors beworben, dreimal und ich bin nie dran gekommen. Und irgendwann, also es ist jetzt auch mit YouTube, es ist halt schwierig so, du hast ein Dressurteam, da hast du einmal in der Woche ein Treffen, dann hast du dreimal in der Woche Clubtreffen und du musst Videos aufnehmen und streamen. Und es geht halt leider nicht alles gleichzeitig, deswegen Clublos. Stranger Things oder Pretty Little Liars? Also, Stranger Things warte ich ja gerade sehr hart auf die Staffel 4, äh, die soll nämlich 2021 rauskommen. Ähm, es sind beides echt, echt geile Serien, aber wer mich kennt, weiß die Antwort. Links ist Pretty Little Liars und rechts ist Stranger Things, drei, zwei, eins, Marsch. Ihr kennt mich doch alle viel zu gut, ja. Also, ich schau Pretty Little Liars gerade das dritte Mal an. Ja, es hat sieben Staffeln mit jeweils 25 Folgen. Das sind, also, ich hab vorheriges Jahr angefangen zu schauen, genau vor einem Jahr. Und jetzt schau ich's noch immer, also ich schau PLL seit einem Jahr an. Ähm, es sind ziemlich viele Folgen, wenn man diese 25 Folgen mal 7 rechnet, ist es ziemlich viel. Und dann dauert jede Folge noch 50 Minuten fast, also es ist ziemlich viel Watchtime. Aber Stranger Things hab ich tatsächlich nur auf Deutsch geguckt, so. Weil auf Englisch, finde ich, reden die mir ein bisschen zu schnell. PLL, da reden die normal in Englisch, sodass ich das gut verstehen kann. Stranger Things reden die extrem schnell und es passiert zu viel und PLL, du kommst halt mehr mit in Englisch. Und zwar, Questen oder Leveln? Das ist eigentlich auch sehr einfach. Okay, Questen ist links und Leveln ist rechts. Drei, zwei, eins, Marsch. Ja, ist recht, ich hab's schon öfters im Stream gesagt, dass ich mehr Questen mag. An alle hier, die hier dabei sind, was würdet ihr nehmen, Questen oder Leveln? Könnt's gerne sagen. Ich würd's Leveln. Zur Zeit irgendwie auch Leveln, irgendwie nehm ich gern, grad. Ja, Questen irgendwie. Wir alle einfach so Leveln, dann komm ich so, Questen. Aber ich hab halt keine Questen mehr, das ist halt echt Zeit. Kaukau oder Tee? Das ist auch eine gute Frage, darüber hab ich noch nicht nachgedacht. Ich mag eigentlich beides gerne. Ich mag beides eigentlich gleich gerne. Aber wenn ich nur mal eines trinken könnte, bis ans Lebensende. Okay, dann wär's das. Ja, okay. Kaukau ist links und Tee ist rechts. Drei, zwei, eins, Marsch. Oha, okay, das kam auch unerwartet. Tatsächlich würde ich zu Tee tendieren. Denn wenn's bis zum Lebensende wäre, könnte ich nur Kakao trinken. Kakao ist es immer so das Gleiche. Und Tee gibt's unterschiedliche Sorten. Und zu Tee zählt auch Eistee dazu. Also, you know what I mean? Ist eigentlich voll cool. Sommer oder Winter? Sommer ist links und Winter ist rechts. Drei, zwei, eins, Marsch. Okay, das... Oh. Oh. Da splitten sich die Meinungen auch sehr. Zwei, zwei. Tatsächlich tentiere ich zu Winter, also rechts. Weil es drinnen im Winter extrem kuschelig und warm ist und ich viel mehr Zeit habe, um Videos aufzunehmen und einfach viel mehr Zeit habe zum Streamen. Dem ist im Sommer bin ich oft bis acht, neun abends draußen. Außer wenn's regnet dann nicht, dann liebe ich den Sommer. Aber ich bin eigentlich nicht gern draußen. Meine Eltern zwingen mich nur dazu. Ähm, ansonsten würde ich, glaube ich, drinnen hocken und vergammeln an Gamen. Also, ja, ich mag Winter lieber, weil man einfach keine Ausreden hat. So, man kann am Abend eh nicht rausgehen, weil viel zu kalt ist. Was würdet ihr nehmen, Sommer oder Winter, Leute? Also, ich würde eher Winter nehmen, weil momentan ist halt im Sommer immer richtig warm. Ja. Heiß. Ich würde auch Winter nehmen, weil ich Sommer nicht mag. Auch wegen Schwimmen und so. Okay, das finde ich mal. Okay, letzte Frage für heute. Gemüse oder Früchte? Okay, Früchte ist links und Gemüse ist rechts. Drei, zwei, eins, Marsch. Ja, natürlich ist es Früchte. Es gibt so viele gute Früchte. Ich liebe Früchte einfach nur. Und ja, könnt ihr euch jetzt nochmal hinstellen und dann schauen, wer gewonnen hat. Ich muss mal ganz kurz abzählen. Um einen Punkt an einen Unterschied. Das ist echt verdammt knapp. Wir fangen an, ich würde sagen, wir fangen an mit dem vierten Platz. Der vierte Platz. Oder schätzt was selber. Wer von euch hat den vierten Platz, der kann gerne mal steigen. Wer glaubt es zumindest. Oh, ich muss mal, warte mal. Ich muss mein Interface ausblenden. Das war Lilly. Ja, tatsächlich stimmt das. Lilly hat elf Punkte. Also ist somit auf dem Platz vier. Ich schreib vierter Platz hin. So. Wer glaubt ihr von euch ist der dritte Platz? Also mit zwölf Punkten. Kann gerne mal steigen. Oh, okay. Das glauben wir jetzt zwei. Also entweder Lene oder Clara. Somit glaubt Eleanor, dass sie erste oder zweite ist. Okay. Tatsächlich auf dem dritten Platz haben wir die liebe Clara. Und auf dem zweiten Platz dann die liebe Lene. Und auf dem ersten Platz die liebe Eleanor aka Marie. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst natürlich keinen Preis. Und dann ist es ja alles zum Spaß. Oh, Gott. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Du kennst mich am besten. Keiner Stalker. Einfach nur am besten geraten. Ja, das auch. Okay. Dann sag ich, danke schön fürs Einschalten. Ich fühle mich gerade richtig lost. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja, wir haben es geschafft.